so ganz zufällig an der kiste ich kann ja nicht frei schwingen wenn die mich ständig blockiert jetzt müssen wir oben noch an dieses artefakt denken wir müssen das oben wieder fest klemmen der zauberer müsste mal oben das rad festklemmen mit dem stein da oben ist aber muss erstmal hochkommen nee du siehst es von hier unten nicht gut genug so was soll ich damit machen einfach nach rechts und das rad ran ja und stehen lassen dankeschön dann klemmt es nämlich jetzt fest wir können rechts raus ja du kannst du einfach blocken wenn ich das ding kaputt wenn es heiß ist also geht kurz aber nicht lange ich will fliegen wir kommen zurück in deutschland ja hier unten ist noch ein rätsel bei mir aber geht es ja um weiter das sieht doch rätsel aus ich weiß nicht wofür erzähl 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 ich bin fast kaputt aber ich kann nie das weg machen da hier ist das teil die teile hier rechts brauchen wir wenn ich dafür wenn links links und mir zum teil das du wahrscheinlich brauchst lena ganz links ist so ein um die ecke teil ja so haben wir geräusche ich frage mich auch gerade was das war also party party sind immer anstrengend und nice aber vielleicht brauchen wir für das hier noch für wir brauchen die vielleicht die zwei zwei in die ecke sachen wobei eigentlich ich lass euch mal rätseln was jemand rauskriegt ich weiß die lösung ich habe das ding ja auch gekriegt das war schon oben gehst du mal da runter ben er kommt dass man das nicht so und dann dann schieben wir das oben nein nimmt das lange ding da da das zuerst und dann das andere ja 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 ich bin doch endlich das lange ding ja aber nicht wenn du drauf stehst nicht die kleinen finger das lange nicht so zu nehmen nein doch nicht so auch mann ich dachte wir machen das so nein oder so geht es doch wir kriegen da oben dann nicht alle rätseldingen von uns wenn wir so machen haben du das ding mag dinge das kurz war an die seite irgendwo so jetzt sind das lange teil runter tust zu mir hier oben hinstellen hier bin ich lumi hier links und wir nein das ist jetzt egal wer ist denn hier so laut das ist irgendetwas oben bei irgendwelchen gegner oder sowas okay jetzt nimmst du das teil auf dem der benni steht bitte du scheuern und nimmst du teile da draufsteht so und jetzt wirst du es so anbringen dass es mit nach rechts zeigt halt und nach unten das ist so genau rechts unten das geht nicht ich bin mir nicht ganz sicher ob man so da bauen will aber gut so jetzt nimmst du das lange teil so und jetzt gehst du ganz nach rechts wo das feuer ist und nimmst den anderen winkel und ich glaube dann durfte es sich ergeben oder mit vorher richtigen gefunden sehr gut vorher gehst du noch du musst vorher noch auf das rohr drauf du kannst kommt jetzt noch nicht mehr raus aber sehr gut das ist schon gebaut aus vorbauen genau jetzt muss warten bis das ding ja ich weiß das park hat ein fehler also jetzt kommt ja hochkommt jetzt hoch jetzt steht er der fehler was passiert da oben das klitscht irgendwie hier links oben sind noch sachen wo ich glaube da komme ich nicht ran oder ne komm ich nicht ran links oben ist noch irgendwas wo wahrscheinlich dann du kannst jetzt zwei machen cool felix ist muss oder wie er gut ich hätte auch springt ja ihr müsst mich ja draus springen lassen ich werde schlagen von würfeln die komische zahnräder in sich tragen und ich kann doch leveln lasst mich mal kurz leveln bevor ich da bin lass mich mal kurz leveln und latscht vor weißt du ich weiß nicht wie das bei dir klingt bei mir klingt das anders bei mir klingt das auch anders das will ich mir auch geil geil da ist mir das so stehen das hast du genommen heute egal vielleicht hat er heute auch die medizin nicht genommen ich hab zu wenig geschlafen leichen settern hau doch mal drauf komm hau doch mal drauf hau doch mal drauf ganz auf rennen brauchen wir den stein hier den kann man fliegen lassen der wird schön rot die wir glauben nur ich glaube brauchen beide steine du willst du dass die zauberin mal mithilfen nee dann doch den anderen stein doch schon den stein was willst du denn schleift die leiche dahin ey so jetzt brauchen wir ach es egal ein augen zu und durch so heiming braucht man hier oder geschick man hätte vielleicht sogar ohne schaffen können ganz toll es ist ja alle schaffen die sauberen die bleibt da du kannst die ja die die am einfachsten hat eigentlich die am agilsten ist die schaffts nicht ich weiß nicht ob da oben noch irgendwas ist ja guck mal da links ist übrigens wieder was gewesen zum rüber dummi da links ist noch was zum rüberziehen so ein Rollding hä guck mal stell dich mal hier hin wo ich bin und dir helfen okay warte dahin was dann links oben wo unsere avatare jetzt sind ja ich glaube das brauchst du felix danke what the fuck ich bin gut was machst du da es ist mein hammer wieder weg es ist mein hammer geblieben das ist mein schulwändler so durch die gegend schleuders nein da oben ist noch was er kommt nicht zurück da oben ist noch was da oben ist noch was wo hängen geblieben da oben der hammer ist nicht wieder runter da kam jetzt warum machst du da so ah keine panik felix keine panik auf titanik feuer ist für alle da ja eben vor allen der benny schlägt da mit seinem hangar hammer dagegen das ding dreht sich zigmal warum fährt das jetzt wieder zurück haben wir hier ja warum fährt das wohl zurück ich hab keine ahnung felix was da lautet ich weiß nicht warum das ding so komische Sachen war keine ahnung und warum die ganze zeit so glitzerton im hintergrund machten wir können hier noch ewig abhängen ja ist ja okay Lumi wollte eh noch sexgeschichten erzählen ich wollte mir eigentlich noch ein brot machen ja du wolltest das geht in dem spiel schlecht das ist besser oder weniger einfacher das ist schlecht ich komme ja auch hier hoch kannst du das ding nie mal so drehen dass es so leicht nach oben zeigt wo nach oben rechts oder links nach links nach links oben ja im moment ich sehe es so zur hälfte ich komme da nicht scheiße jetzt sind wir wieder alle unten ne ne das hat doch auch links oben gezeigt ja aber zu steil ist runtergerutscht das braucht man das ding man kann es euch aber auch nicht recht machen hier wir wechseln und deine sauber machen wir wechseln und deine sauber machen so und jetzt noch ein stück spring auf mich ich kann das nicht noch ein stück ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht ich muss mich mal da hoch holen ich muss mich mal da hoch holen sonst sehe ich es du kannst da auch da hoch gehen du kannst einfach hier hoch springen hier auf das ding ja benny mach einfach hier oben das schild drauf hier oben das schild da komme ich ran ich muss mich mal kurz hier wieder oh scheiße ich komme hier nicht wieder drauf ich komme mal kurz aus dem Grill raus dann kann ich dir helfen ihr habt Spaß Ups, da hast du wieder im Grill komm mal da Scheiße ich bin noch mal kurz zum Checkpoint zurück ich habe das Gefühl er betreibt dieses Spiel nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit ja es sind Spiele es mhhh aber Lumi machen wir oder oder ja es ist so bennig schneller gewesen nein wir machen jetzt mal da ne das ding kommt jetzt viel zu spät das kannst du behalten jetzt hui ich glaube müssen bleiben oder wie sieht es aus ich glaube wir können jetzt weitergehen ich glaube wir haben jetzt alles ich habe jetzt alles geholfen Lumi ist jetzt wieder zurück gegangen dann kommt ein anderes Spiel wieder so noch dass das mit dauern also wir spielen wir schon wieder bis zu sehen also wir spielen wir schon wieder bis zu sehen jetzt hast du was verpasst Lumi ich hab's gesehen hast du war auch ein gutes Viech ja nom 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 ui 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 ist das süß wir sind ja jetzt nicht geschnackelt haben aber wir haben unten das Wasser vergessen tschön dass ich noch nicht geschnallt habe bis jeden aber komm mit komm mit Lumi ist ja du bist voll süß Hilfe oh im Wasser gibt's noch was ja im Wasser gibt's noch was hol das mal deine Aufgabe sehr schön dass du jetzt die Befehle gibst ich bin der Krieger hallo ich bin der Zauberer ich bin die Weisheit du bist der Troll in unserer Gruppe außer das weise bin ich mal der Troll in unserer Gruppe das ist auch selten äh ich hab ja noch ne Kiste gefunden die mach ich mal auf ne ja mach mal du hast ja noch was du hast ja noch was du hast ja noch was ich ähm ich glaube den hat jemand versetzt wo ist der Ben wo können wir ihn wieder übernachten habt ihr grad gehört was gesagt wurde nein was ist mit dem magischen Talisman geworden und mit dem er in den Wasser atmen konnte und da hat die Diebin gesagt ich glaube den hat jemand versetzt oh Felix ist ein ganz ganz böse ähm ich bin ein bisschen dick ich geh den mal ertränken ja ich bring ihn mal zu dir ja du kannst ja nicht übrigens Gegner ertränken echt? ja wenn du lange genug in Wasser hältst kannst du die ertränken glaub ich ist er dann ertränke ist er komm her kann mich mal jemand beschützen und hier jemanden ertränke ne ich unterstütz keine äh kein Waterboarding das ist gegen die gerne für Konversion die Sterbe übrigens sofort wenn die im Wasser sind also die sind allergisch auf Wasser also die sind allergisch auf Wasser Felix chillt auch nur da oben und macht nix ja chillt ich hab hier nen Kobold das ist ja kleiner hier von euch ey ich bin zu dick tschuldigung das war so da oben ist doch noch ne Blattkimmer oder sowas alles muss man selber machen kannst du mich mit dem Ding hier hochziehen schieben Moment halt ich muss noch drauf sein ich glaub ich kann's nicht machen wenn du drauf bist jetzt jetzt wenn ich springe während ich springe kann ich kannst du das geht oder ach ne das geht das ist nicht schnell genug warte mal ich kann dich noch höher schieben ich kann dir ein paar Kisten da drauf legen du kannst auch machen aber eine brauche ich dir unten im Notkop oder? ne brauche ich doch ich hab ja keine mehr aber ich kann ja drei stück machen so Felix ist schon oben ok ist es aber oben rechts ist noch irgendwas so da ich vertausche ständig links mit rechts ich bin wirklich zu fett meine Güte ja wegen dir ist grad alles kaputt gegangen ja und hier über mir ist noch was wie komm ich jetzt rüber ja du hast ja oben ein Holz wo du dich ranhängen kannst ich bin eigentlich standardmäßig wieder um 22 Uhr auf dachte ich ja so war der Plan ok mir aber gar nachgepackt würde also um 10 so ein hoffall wie tun wir eigentlich nochmal 21,30 das aufhören Felix hier links oben ist immer noch was jaaa ich musste erstmal jetzt gib doch Gummi ich komm mal wieder zurück zu euch irgendwie funktioniert das ja unser Zauberer können uns auch helfen und das Ding hier ein bisschen hoch schieben woran wir woran ich stehe ach macht er ja nicht hol mir mal mein Ding hoch eww auf dem wo ich drauf stehe Mensch guck mal ich hüpfe ich hab mich nicht konzentrieren weil ich gefreut ich bin runtergefallen so ein Mist ey genau ja 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 oh Moment nein 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 nicht zurück ja ich bin oben hab alles ok wenn ich fähig zu sein kann dann ja jetzt machen wir halb lang hier ja Felix hat's halt nicht drauf vielen Dank das wussten wir aber schon vorher wir mögen nicht trotzdem oder deshalb man braucht immer einen Trottel um zu face das auf sich führen Felix hat's nicht hochgekriegt an der Stelle nee das sind so versaute Witz heute wieder das ist doch ein Standard bei uns jetzt kipp mal einen hoch wir brauchen den Aua ich hab irgendwie Angst da rüber zu springen Aaaaaaah ich hab mir nicht geholfen ich hab mir nicht geholfen ich hab mir nicht geholfen deswegen bin ich jetzt gestorben wegen was wegen euch nach oben und bin einfach weiter geraten weil hab meine Kiste benutzt und hab mich einfach stehen lassen ja ey du hättest doch mitkommen können nein weil da das Feuer war ich bin ja nicht über das Feuer gekommen alleine ohne Kiste und wär du dich irgendwie gebraucht mit dem Schild oder sowas jetzt bin ich zurückgekommen und dann kannst du mal nochmal Lumi ja kannst du mal hier noch wo ich jetzt bin nochmal eine Kiste einfach erstellen ho 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 ich hab ho 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 gehört ho ho gefällt mir das ist der Weihnachtsmann das ist der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann ah ja na klar warum ist hier ein Ding ins Bombenz ein Auslass warum ist Lumi eigentlich schon oben ja weil Lumi schon vorgeflogen ist müssen die bestimmt noch irgendwelche Geheimnisse holen ich warte hier auch an links von mir sind noch Geheimnisse ja Lumi ist schon das kann ich nicht treffen die Lumi davon braucht Lumi er hat keinen Bock mehr nur Lumi du musst links von uns hier sind noch geheimne Flaschen und so da komm ich allein nicht hin na gut wo braucht ihr denn was links oben da wo ich stehe ne ich bin ja bitte der Mann über dir der Mann im Mund ne im Geäst nein Moment Krötchen Hammer runterwerfen hilft ihr das? hab schon nein nein jetzt war einer die Kiste kaputt gemacht ich brauch hier eine Kiste glaub ich oh ja das geht auch Dankeschön noch was? ähm weiß ich ob es da weiter geht ich weiß nicht ob Felix da schon war keine Ahnung also da ist noch was zum drauflaufen nein Problem ist ich komm nicht rüber aber du kannst kannst du mir hier eine Kiste zumindest drauf stellen irgendwie ja mal ganz kurz Pipi oh nein ich hab ne hat funktioniert hier ist aber nichts mehr glaub ich Felix ist Pipi ja Felix ist Pipi Langstrumpf du hast recht ich kann euch immer noch hören ich kann euch immer noch hören ich kann euch immer noch hören halt die Klappe du bist nicht da alter du bist auf dem Klo genau da sieht Felix anders gleich über das Plätschern wie hast du denn die Kugel gesteuert? welche Kugel? ich hab keine Kugel gesteuert keine Kugel gesteuert ich hab einfach drauf gestanden und dann fliegt die hoch ja und dann hast du dann Luftstrom und die streit sich zur Seite genau du musst sie vorher schon zur Seite drücken ne du kannst sie vorher zur Seite drücken ja aber du musst nicht normalerweise kommt der Luftstrom irgendwann und schieb die zur Seite wenn das Timing passt ja aber der passt doch nicht wenn dir Timing passt dann passt das du die von uns als erster geflogen ich dachte du hast das schon geballt ja ich hab ja ich hab's aber vorher ja bei mir passt das Timing guck mal hä ok das passt halt nicht immer passt nur manchmal spoil wenn es aber vorher behaupten jede zweite passt nein was ist denn da eigentlich noch was wollt ihr denn das machen hab nix gefunden da hinten ja Moment mal kann ich das da hinschieben oder kann ich dann da reingehen oder kann ich dann da reingehen ich würde eine Minikiste dann weg warum habt ihr denn den Luftstrahl den kompletten da weg gemacht ja da weg also ich bin weiter also wenn ihr wollt kann ich euch nachholen ich glaube es bringt nur nix das da rein zu schieben vielleicht bringt es mehr jetzt da ja jetzt mach doch die Blasen kaputt genau jetzt hat er zwei Pfeile macht die Blasen kaputt vor allen Dingen ich schieße jetzt zwei gleichzeitig ich weiß schon was sind zwei Pfeile und so übrigens die Blase wär für dich gewesen Lumi ich dachte du nimmst die nächste ich steh nicht so auf Blasen ich steh nicht so auf Blasen das kann sich noch n bisschen ziehen ich dachte ey die sind jetzt das Pusen mich runter ich bin zu fat für die Blasen ich komm ja nicht drauf ich bin nämlich jetzt die Geste so die funktioniert bestimmt wieder nicht weil wär ich bloß drüben geblieben ey mach die Kowalte hier alleine Platz wie funktioniert aber auch nur Fein wird Fein nicht für Fein toll wirklich toll warte jetzt mach ich das mach's dir selbst und besser geht's nicht hab ich euch nen schönen Ohrwurm verpasst das geht noch nicht damals für mich ey hä? so nen schönen Ohrwurm verpasst ja weil ich vor uns damit angefangen hab mach's dir selbst hab ich nie realisiert tatsächlich das ist der beste Ohrwurm der der Ohrwurm funktioniert au in dem Moment wo da Feuer rauskommt springe ich das natürlich nach oben was ist mir hier los? oh Mister wir müssen mit ihnen mal kurz über ihre Ansichten äh gegenüber fremden und um der Gansfreundlichkeit reden kann nicht sein dass sie hier einfach anfangen durchzuziehen und gemein zu sein kann ich hier nicht mal kaputt machen oh da ist irgendwas irgendwas da war doch irgendwie Bienen Lumi die großen schwarzen Haufen und so wir brauchen da dieses bescheuerte runde Rohr wir brauchen erstmal nen Zauberer wieder wo das geschieht irgendwas eng ist wir da Felix eventuell musst du da was äh umlegen in in wo du daneben stehst direkt davor und so auch Schalter und sowas hä oh das war da das war der falsche Knopf du will grad hä 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 wo sind die jetzt hin? nein 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 nicht loslassen du Arschkeks schönes ding war dann mal die andere option ist das ding mal nehmen und hier oben ran machen du musst es untenrum füllen eine verdammte klappe komm schon ein du schaffst du ja doch machen wir so da komme ich ran dann musst du einfach drauf springen ich hab's geschafft ich hab mich verbrüht soll ich den hammer werfen wirf den hammer wir haben einen ganzen tag in diesem dreck brauche wieder länger und ich habe ihn an einem sachen brauchen wir das rohr nicht noch für irgendwas dann braucht das rohr immer für irgendwas aber wir müssen deswegen mitschleppen die ganze zeit ich bin röhrig nicht weg in der sequenz hat gesprochen quatsch blumen sprechen nicht könnt ihr mir bitte helfen ich kann natürlich bei nagel auf der anderen seite von diesem sohn tot suchen wir nach einer anderen blume keine sorge frau blume gehen wir zu sterben als die händen hatten sich in einem magischen wald wiedergefunden pontius war ziemlich von einer damenhaften blume eingenommen worden der sie begegnet waren amadeus dachte die sache mit der blume wäre so eine art zauberhafter ulk gewesen soja dachte weder das eine noch das andere über die blume warten wir ein das wird noch ein paar donnerstage dauern so nirgendwo aber da gibt es vielleicht nicht so viele movie dota streamer es gibt genug ich weiß dass das das snow fox ist gerade online etwas richtig falsch und ich glaube nerdy ist seit heute auch wieder da oder die nördlich zu ziehen und donnerstag nicht okay wir sind deutschland keine weiter habt ihr aufgepasst nö wir müssen eine blume finden ne das meine ich nicht hier oben geht es irgendwie übrigens noch rein glaube ich müsste felix wahrscheinlich reinkommen und das gas ist giftig ja genau das gas wo du gerade rüber gesprungen bist das gas ich habe ja ein letzter verbot im chat aber du darfst mir gerne per bn schreiben warum nicht interessiert wird es mich ja dann doch wieder aber musst du natürlich auch nicht warum die donnerstags nicht stimmt man in den nächsten leben dann dürfte nicht nicht töten ich will wissen ob ich den aufspießen kann ich bin felix sammelt da oben noch mal die sachen ein und wir sehen nix davon ist bisschen doof ja aber das ist sehr viel mit timing also sollte er da sein ich glaube wenn sie hier unten reinsetzt kannst du einfach normal drüber laufen wo bin ich denn jetzt hin komm ich da hin aber als erst mal ich will nicht gern zurück ich muss gern zurück bleib da oben du kommst ja nicht wieder zurück du kannst zurück zum checkpoint laufen wenn du mir gefallen stimmt kann ich zum checkpoint zurückkehren also ich bin da oben drauf gegangen aber man kommt noch irgendwie aber ich komme mir da kann keiner ich kann dir noch ein paar kisten hochschieben nee ja alles ok aber was sagst du ben guck'n felix zu da sehe ich wenigstens mal was da oben passiert ne wo ist das problem da musst du bloß ein bisschen ach man hab grad gesehen was da oben ist du musst bloß mit dem timing ausweichen bist du auch gut ne aber ich muss da oben irgendwas und ich krieg das nicht oft ich kann jetzt auch lenken machen ja ich könnte euch schon hoch helfen wenn du hoch willst ja wir gehen nochmal kurz zum checkpoint blummi dann kommen wir da hoch ich bin tot warum stirbst du denn also weil ich durchs gas laufen wollte ähm machs mal nicht hier sondern häng die mal hier rein dass wir hier einfach hochlaufen können hoch reinziehen da rechts oben ich stehe im weg moment du kannst sie ja dort in die stacheln reinhängen ja ja moment da musst du hier ach hier blummi wenn du zwei fähigkeiten punkte hast kannst du dir auch eine planke immer kaufen dazu schon ne nicht so andersrum damit wir da hochkommen ne ne das rechts oben ja weißt du wie schwer das zu koordinieren ist man das immer ziemlich einfach zu koordinieren ja du bist halt auch der beste von allen ne wir kommen ja doch nicht hoch oh manno hä aber ich muss da irgendwie dann muss man wahrscheinlich doch hier hoch mit irgendwie stapeln und planken du kannst es ja einfach so aufeinander bauen du kannst es ja einfach so aufeinander bauen du musst ein türmchen bauen ja du musst ein türmchen bauen hier ich helfe noch bei dem türmchen moment hier oben ist echt die hölle los noch wir kommen schon das dauern halt ein moment ne ich mir damit dass er nicht so weit nach oben springt weil dann kriegt der vollends auf dem date wir könnten jetzt hier so die planke drauf machen und dann da oben drauf hüpfen genau so meine idee ist auch ich dachte die flanke mach mal schräg aber sie bleibt ja nicht schräg wir müssen die schräg machen klar indem du die einfach mal nur auf eine seite machst dass die rund dass die schräg na egal geht doch auch hoffentlich so ich komm so ich häng hier ab oh wow oh wow kann man das nicht irgendwie umlenken dass das da oben äh betont hat sich umgelenkt ach fanny ja aber ich bin dort nicht am leben bisher ist einer zu wenig wahrscheinlich ach so warte mal du musst erstmal hochkommen du musst erstmal hochkommen neee ich bin tot warum soll ich warum warum soll ich aber hochkommen dummi ich muss da oben das zeug zerstören ne ich muss es auch nicht zerstören da oben wahrscheinlich und ich bin tot ich bin tot ihr müsst jetzt zum checkpoint sonst lebe ich nicht mehr nein doch nicht du es ist meine baustür reicht schon danke du brauchst die Blank gar nicht so so niemand mit Schwispa geht nicht ach so jetzt würde ich das ding kaputt machen ne ja und jetzt noch das andere da ah da ist ja auch noch eins das wars den Rest habe ich schon gesammelt kannst du mir wahrscheinlich auch auf Discord schreiben eigentlich ist das oben noch was in der Ecke aber da komme ich überhaupt nicht ran in welcher Ecke oben was rechts oben da so da 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 ah ja dadurch ist jetzt ja ne das war ja das Zeug ne alles ok da ist noch nix mehr also ich dir nix mehr kommt ah wir hatten jetzt die Kiste zerstört von mir ich bin weg wenn ich so sag mach euren scheiß doch alleine nicht ich spiel dich erstmal ich geh mich erstmal heilen kommt der erstmal mit heilen ach quatsch wir werden noch nicht getroffen hier wir werden ganz alle geheilt wenn einer hingeht ok wir werden alle geilen wenn einer hingeht wir werden alle geilen wenn einer hingeht